So, das war das Original von Snap. Jetzt sind wir hier mit Tami und Leo. Als dieser Song rauskam, da wart ihr tatsächlich eben noch ganz jung. Was habt ihr für eine Beziehung zu diesem Lied? Kanntet ihr das vorher? Ja, also wir kannten eigentlich alle Songs, die auf unserem Album auch drauf sind. Das sind halt so Kindheitserinnerungen. Also die vermitteln uns, glaube ich, so ein insgesamtes schönes Gefühl. Das hat uns durch die 90er begleitet. Das heißt, ihr habt da im Laufstellchen schon zugewippt. Wahrscheinlich, ja. Und hat man dann den Wunsch, das zu verändern? Weil eigentlich, wenn man so eine Kindheitserinnerung, will man doch bewahren, genauso wie sie ist? Es war halt die Aufgabe, diese Technoversionen in die heutige Zeit so ein bisschen umzuwandeln und sehr pur zu machen. Weil einfach diese Technoversionen heute halt nicht mehr wirklich hörbar sind. Und wir haben sie halt so arrangiert, dass man sie einfach gut nebenbei hören kann. Jetzt seid ihr wirklich zusammengewürfelt. Ihr kanntet euch, nicht? Irgendwann hat euch jemand zusammengestellt und gesagt, so, ihr zwei, jetzt singt ihr miteinander. Wie habt ihr euch denn dann angeguckt, vorgestellt? Wie ist ein erstes Treffen? Ja, also wir wurden von Seiten unserer Plattenfirma beide unabhängig für das Projekt sozusagen ausgewählt. Und das erste Treffen war, glaube ich, noch ein bisschen schüchtern. Aber dann haben wir uns eigentlich sofort musikalisch als auch menschlich sehr gut verstanden. Und habt dann erstmal lange miteinander geredet. Man muss sich doch viel voneinander erzählen, oder? Ja, wir hatten ja viel Zeit auf dem gemeinsamen Videodreh und in den Aufnahmen im Studio. Und bei Fotoshootings, also wir sind auch so in Kontakt, also wir telefonieren ab und zu. Also ihr redet viel miteinander. Ihr singt aber auch viel miteinander ein bisschen. Was hören wir jetzt? Ein Madley, bitteschön. Rhythm is a dancer, it's a source companion. People feel it everywhere. Lift your hands in voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. It's a passion. You can feel it in the air. It's a passion. Rhythm, you can feel it, people feel it. Rhythm, rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. It's a source companion. People feel it everywhere. Lift your hands in voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, it's a passion. It's a passion. Oh, 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 oh. Rhythm, you can feel it, people feel it. Rhythm, rhythm is a dancer. Rhythm You can feel it, people feel it Rhythm Rhythm is a dance What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Oh, I don't know Why you're not fair I give you my love But you don't care So what is right And what is wrong Give me a sign What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more I don't know What can I do? What else can I say? It's up to you I know we're one Just me and you I can't go on What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me No more I tell you What we were happening? That giant 1 2 1 2